Warum ist die Kirche leer? Warum beten sie nicht mehr? Sag mir beten sie zuhause Oder geht es um den Glauben? Warum ist die Kirche leer? Warum beten sie nicht mehr? Oder geht es um Skandale? Keiner in der Kathedrale Ich komm in die Kirche rein und sie ist leer Warum will es keiner einsehen was läuft verkehrt? Ich weiß nicht wo sie sind Wo sind unsere Bischöfe? Ich weiß nicht was nicht stimmt Warum keiner singt Ich hör es mit meinen eigenen Ohren Muss ich Kirchen jeder bald alleine performen Ich weiß nicht wo die Priester sind Kinder fragen heute nach nem tiefen Sinn Ob die Stories aus der Bibel alle wirklich stimmen Was ist Gott? Was bin ich und wo will ich hin? Kann dir nicht sagen was du willst aber wie es klingt Wenn keine Gäste in der Kirche sind Ich seh kein Der gestern noch nicht hier war Alles gut Ich hau jedes Mal in wenige Gesichter Warum ist die Kirche leer? Warum beten sie nicht mehr? Sag mir beten sie zuhause Oder geht es um den Glauben? Warum ist die Kirche leer? Warum beten sie nicht mehr? Oder geht es um Skandale? Keiner in der Kathedrale? Langsam wird es zu viel oder zu wenig Wie du es siehst Junge Leute sehen sich Nach Gemeinschaft, Culture, Music Es ist einfach alright, let's do it Alright, let's go Oder stell ich in die Show Sunday ich manuell schwimme gegen den Stream Big Moves Ich werde stärker in Wien Wir werden sehen was wir werden mit Dreams Ich seh kein Der gestern noch nicht hier war Alles gut Ich hau jedes Mal in wenige Gesichter Warum ist die Kirche leer? Warum beten sie nicht mehr? Sag mir beten sie zuhause Oder geht es um den Glauben? Warum ist die Kirche leer? Warum beten sie nicht mehr? Oder geht es um Skandale? Keiner in der Kathedrale? In der Kathedrale!